ich sollte vielleicht auch mal minecraft starten wo haben wir minecraft minecraft ja stimmt ja minecraft ist gerade am rum starten vielleicht auch mal das live dashboard auf tischen wäre gar nicht mal so dumm sonst habe ich hier alles klar der stream läuft soweit hoffentlich passt auch sonst alles mit den einstellungen so jetzt das könnte ich mir jetzt nicht verkneifen minecraft auf vollbildschirm nein nicht multiplayer zugriff zu lassen singleplayer zurück in die frisch angefangene minecraft welt ja im moment passt natürlich auch meine musik sehr gut dazu ok also wenn wir dann sand brauchen wir haben genug sand kühe halt mal ok hier sind zwei pärchen ich habe sie nur befreit da nicht mal soweit zumindest tricks zombie es könnte sein dass ich dich noch könne nicht falsch äh sorry bin gerade nebenbei noch ein bisserl antippen mal schauen da hinten ist unser death point ich will nur eure wolle leckt mich alles klar ein paar sammen mitnehmen das habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt kein kommentar dazu bitte nicht wundern wenn jetzt in nächster zeit ein bisserl öfters kling also benachrichtigungen darf von einem browser kommen ok jetzt erst mal geeilen es gab einige kleine kinder psychisch gesehen bin ich auch noch klein das ist nicht mal so ein scherz höhle nummero ich weiß gerade hoffentlich ist soweit die qualität ganz gut habe vorher noch ein bisschen was an meiner einstellungen geändert klein moment und wieder meinen hals wo ist ja der name sagt mir durchaus was ich weiß halt von vor paar jahren immer ganz so viel alles klar das langt erst einmal jetzt brauche ich erst mal diese steaks nicht nicht schnell rein Na, kleinen Moment, das möchte ich halt jetzt auch nicht einfach professorisch zugleistern, äh, Pickaxe, hier Pickaxe, na, jetzt kann ich erst einmal, so. Ich muss noch ein bisschen schauen, wie ich hier die Aufteilung so ein bisschen mache, darüber habe ich mir nämlich jetzt noch keine Gedanken gemacht, ja, alles klar, für einen Ofen langt es schon mal. Und Coal, wo haben wir hier, 10, 8 können wir am Stück braten. Ich brauche, ich muss dann als nächstes erstmal, äh, Marvel suchen, denn das ist der Stoff, aus dem Träume gemacht werden. So, an sich finde ich hier diesen kleinen Wasserfall, so in der Eingangshalle, sogar ganz nice, muss ich ihn halt nur ein bisschen verlegen. Nicht schon wieder nicht, nicht. Ah, ich kann dämlicherweise kein Hotkey legen. Ah, was will WhatsApp? Lecker Steak. Mal schauen, ein bisschen Inventar umsortieren. Schaufel werden wir irgendwann auch noch brauchen. Erst, ja doch, für zwei Kisten langt's. Zwar nur knapp, aber es langt. So. Jetzt tun wir hier erstmal alles rein, was wir an sich nicht benötigen. Ist das Eisen? Oh, wir haben schon Eisen. Oh, wir haben schon Eisen. Drei Kabel, eins, zwei, drei. Einmal Kabel sollte ich sicherheitshalber immer im Inventar haben. Ich habe hier mal wieder das Feed the Beast Light Mod Pack drin, wie ich es schon zum Anfang drin hatte mal. So. Oh, naja, ich muss halt sagen, mein, äh, das Feed the Beast Light Mod Pack gehört eigentlich zu meinen Lieblings Mod Packs. Habe ich wirklich auch die Torches weggepackt oder habe ich keine mehr? Oh, fuck. Oh, fuck. Äh, ja, ich hatte mir CSGO in einem Bundle geholt. Aber ich habe es noch nicht gespielt. So. Jetzt geht's erst mal den Baum am Kragen. Na, da oben. So, komm her, so. Relativ ruhig hier unten. Aber das würde nicht viel mehr so bleiben. Ja, woher kommt denn die Fledermaus? Es könnte sein, dass ich sie von hier verjagt habe. Was soll's? Oh, das wird noch hier witzig. So. Steaks hätten wir jetzt da. Einmal, ich tue erstmal hier draußen kurz auffüllen. Oh, nicht schon wieder. Okay, ich habe gerade Steamnet offen. Das heißt... Kleinen Moment, ich starte einfach mal kurz Steam. Ah, was soll's? Also. Ah, Steam ist offen. Eine neue Einladung. Nein, 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 nein. Donald, fuck. Na okay, jetzt. Was will das Skelett von mir? Ich bin mir am überlegen, wie ich das hier... Ja. Na okay. Na, na, na. 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 Na, na, na. Da, da, da. Ich... Ich... Ich crafte mir erst einmal ein Schwert. Da, da, da. Das ist voll dämlich mit deiner Hand zu schreiben. Nö, der Zombie wirkt auf mich auch ziemlich angry. Ey, meine Tür! Meine Güte! So. Jetzt hier erst einmal voll ins Zug leistern. So. Jetzt kann auch die Treppe weg. So. Ja, hier die Fassade muss ich auch noch richten. Ja, okay. Zumindest mal ausnahmsweise kein Steam-Update. Wir gehen mal zu. Oh shit. Wie gehe ich hier jetzt am besten runter? Wenn es so weiter geht, bin ich hier in 5 Billiarden. Wurz? App-Gruppen. Ja. So, erstmal hier nach oben graben. So, jetzt hat man einen ordentlichen Auf- und Abgang. Hoffentlich finde ich den wieder. Ansonsten wäre es ziemlich ärgerlich. Vielleicht hätte ich die Eisenjahreschmelzen sollen für eine Eisen-Pick-Aggs. No. Ja, jetzt kann ich erstmal wieder runter. Nein, ich spring nicht in die Lava. No. Die Lava. Ja, okay. Die Lava kann einen retten, aber auch einen umbringen. Ne. Ja, das war eine Fledermaus. Na. Sonst ist mein WhatsApp immer tot, aber während ich streame natürlich nicht. Na. Kleinen Moment, ich muss kurz meinen Link schreiben. Ja, ich muss kurz machen. Ich muss ich auch. Ja. 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 ja in der mann beruhig dich die habe ich immer noch mal körper ich hasse spät über alles ich weiß ich sag das ziemlich oft aber ich hasse spinnen einfach mal schauen wir doch hässlich ja vielleicht hätte ich daran denken solle ist nur diese behinderte ja okay jetzt muss ich erst mal zurück hier ist der ausgang eingang mal schauen copper kommt zurück mal schauen davon brauchen wir nix davon nix ich möchte halt für drei heißen erz nicht direkt ein ganzes kohlestück verschwinden so mal schauen das behalte ich das behalte ich die behalte ich ein eisen stück so jetzt einmal eisen pickaxe und dann noch einmal stone pickaxe einmal nackst werde ich da unten wohl kaum brauchen ausnahmsweise mal jetzt ist es mal ausnahmsweise wieder ruhig da hinten haben wir nen zombie marble juhu der stoff aus dem was zum glück hätte ich genügend holz für eine werkbank und steine sind auch kein problem okay sonst geht wohl gerade nicht so viel so mal moment mal schauen ein stack marvel ich sammle noch ein weiteres stack einfach nur yolo desto länger dieser marble vorrat reicht desto besser desto länger dieser marble vorrat reicht desto besser also das zweite stack ist schon fast voll mal schauen hier steht da noch meine drei kabel so so viel zum thema ich werde hier unten wohl kaum nackst brauchen wobei wirklich brauchen tue ich sie ja nicht aber ja die werkbank abzubauen mit vor allem mit der hand ist halt scheiße so und ein zweites deck marvel das stelle ich einfach wieder hin so also da ist der zombie ja wer hoch hinaus will fliegt auch tief no ironie wo zum glück war der nicht wirklich stark äh 5 das war knapp hier haben wir mein kabel so nach dem motto aus den augen aus dem sinn na ganz toll das war fünf zumindest haben wir jetzt ein bisschen mehr eisenherz gefunden ja da 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 ok sonst keine nachrichten so so nicht moin hallo moin ja hallo ich hab dich echt eine lange zeit nicht mehr gehört ne wen montags ich hatte eine ganze zeit lang kein minecraft mehr gespielt ich auch nicht ich hab nur was hab ich in der zeit gespielt äh Contest Queer ja seitdem mein lieblings altes live server down ist hatte ich aber drei eigentlich nicht mehr gespielt bbq ich hab damals auf play germany gespielt na gut aber was ich zurzeit eigentlich also wenn ich in letzter zeit was viel spiele dann ist es garrys mod garrys mod hast du das wirklich ja hat auf dem star wars rp server echt ich hab auch ein paar star wars mods ich hab noch nie ein star wars rp server gefunden dafür gibt es im register sogar extra so ne dingse so ein wie sagt man da unterordner quasi da spiele ich immer auf ihm immortal gaming mal schauen mal schauen oh copper so sicherheitshalber nochmal eins breiter bauen denn wir wissen schon alle was durch lava kaputt ging oh ein moment ich glaub du hast da grad also was erkältung inzwischen ist es schon ein bisschen besser geworden ne meistens reizt mich halt noch hin und wieder was in meinem hals ich glaub du hast da grad lapis oder so übersehen lapis ist nicht grad das wichtigste das ist das standard text der peck da vom dingse mir fällt der namen immer ein aber das texture pack hatte ich schon immer drin zumindest hier in dem modpack so jemand schreibt gerade im chat springen da das hat er schon vorhin geschrieben das war ein alter klassen kamerad von mir ach 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 irgendwie gehen gerade bei mir die spiele sounds ziemlich runter oder aber das liegt an meiner musik ich habe damit kein problem eigentlich denn jetzt beim einschwerfen muss man nicht immer unbedingt alles hören finde ich ja aber ich habe aber jetzt den meinschaften was doch ich habe dinge ich hatte mir da vor paar wochen mal so und dings geholt er so ein welf pack mit ziemlich vielen welf spielen und dann doch um sind auch so was wie half live 1 und 2 dabei und ja das also css csgo was weiß der geier was da alles noch dabei war ich kenne es noch von damals wie hieß der eine typ da von damals rüber ich kann da noch dieses eine es gab viele kiddies da ist da bin ich kann man mich nicht ausschließen ich denke ich war auch mal kurz die höhle hier ein bisserl ausleuchten die schaufel brauchen wir sehr wenig ich vernachlässige zu oft die minimap alles klar mir ist gerade aufgefallen wie schnell mein akku leer geht ich hatte vor drei stunden oder so 65 prozent akku jetzt habe ich nur noch 15 prozent was hast du für ein handy bitteschön das ist der anderen 1000 das sind okay das ist wie ein tablet könnte man sagen nur in ja so einer kleinen größe so ein kleines tablet so gesagt also jetzt sieht nicht aus wie ein tablet aber ist jetzt so kannst du dir vorstellen so insgesamt für zwei kleine samteln galaxy s3 mini ne so in mein handy ist schön handlich nicht zu groß und nicht zu klein wenn ich jetzt sagen würde was für eins würde man garantiert irgendwann mal denn der stream hier wird ja hochgeladen mal behaupten dass das ein product placement sei natürlich ich mache natürlich gleich werbung für diese große marke nicht vergessen heute ist das bieb im angebot bei netto nur heute mit dem kern äh ich hätte eigentlich sagen wollen code wort mit dem kleinsten arbeitsspeicher der welt und das noch für 699 euro garantiert keine abzocke noch mal klein moment tust du schon wieder wie die übertriebener nö muss denn nur kurz jemandem was schreiben ok also soviel kohle wie hier jetzt hatte ich schon lange nicht mehr auf einem fleck alle anderthalb stecks weißt was warum ich da war wir haben so israelische nachbarn die ganze familie war da da sind also kleine zwei kleine kinder die wollten von meiner äh kleine schwester die hat so ein kleines geheirat oder was das ist wollten die das klauen mein Hund der bellt da die ganze Zeit diese kleinen kinder schreien die ganze Zeit weg und laufen weg ey ich komm mit meinem Hund da ich seh nur wie die diese Fahrrad klauen ich hab so gelacht mein Hund wild die laufen sofort weg ja tja also ich bin hier zufrieden mit dieser ausbeute nicht nur kohle auf fasst dein stack eisen und copper ist halt ein bissl was hmhm ja brauchst du überhaupt jemand gedauern oder technik launcher oder gut äh nein über den viele beast beziehungsweise jetzt heißt das ja course so zinn oder ja zinn wie ich die erz einfach immer noch kenne jetzt tue sich wow ja die kunst ist halt nur nicht zu vergessen wie dazu entmuten ähm das nutzlos ist der ort dass man sich vorstellen kann warte was für edelsteine waren das was für edelsteine waren das smaragd oh saphir ok kann ich trotzdem gebrauchen denn saphir pickaxe sind ja wie eisen mal schauen mal schauen da hin alter ich habe ich habe mich gerade leicht erschreckt als dieser piep sound von steam kam haben jetzt und meine familie hat wieder bekommen deswegen hat mein hündchen gebellt ich mag diese spinnen überhaupt nicht ich weiß auch nicht also heißt es du hast mich dann immer so doppelt ja jeder livestream hat eine leichte verzögerung das unterscheidet sich immer vom internet mal hier kurz diesen welchen genau ich mag dies jetzt mir zeigen sonst die nicht doch aber wir müssen auch mal lieber zu teams ich frag mich auch irgendwie was doch immer die gleiche abo anzahl wie von damals das kann nicht sein inzwischen inzwischen habe ich hin und wieder paar dazu bekommen war es sind gegangen einfach die standard spielchen ich bin der partner ich bin der partner ich möchte mir ja bevor ich ein neues spiel hole dinge erstmal einen neuen pc besorgen ich habe tatsächlich habe ich vor in den neuen rechner dann dinge die gtx 10 80 ti von asus einzubauen mhm mhm aber die hat einen stolzen preisen mit 800 869 euro ja aber ganz ehrlich wenn man mal vergleicht schon die von das edition hat ja mehr leistung wie die titan ex pascal deswegen finde ich persönlich es lohnt sich auch irgendwo vor allem das preis leistungsverhältnis ist halt um einiges besser aber nein doch nicht mal schauen öl kommt mir das nur so vor bei manchen videos wo du so gg5 gezockt hast vielleicht das irgendwie manchmal na das ist normal denn die dinge 750 was ich drin habe hat glaubt zwei gigabyte arbeitsspeicher entweder zwei oder vier ich weiß es gerade nicht wobei ich glaube es waren sogar vier müsste ich auf jeden fall nachschub kleinen moment ja ich habe die forest ja dazu gab es auch schon ein paar folgen bei mir auf dem kanal wenn ich ganz ehrlich bin ich bin ein alter sack ja und dazu passt gleich auch meine stimme glaube ich so ähm wie soll ich die überhaupt anfangen ich bin ein alter sack ne 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 oh zwei stecks kohle definitiv definitiv nein ja klassen kommen kann auch nützlich sein manchmal aber auch nur manchmal ja dann kannst du noch kurz davor absprechen von wem du abschreiben kannst ja ich geh kurz an ich geh kurz in mein zu hause um mein inventar zu lernen so kann ich nicht mehr weiter sammeln oh aber das heißt nämlich noch mit lol wieso leckts hier ich meine ich habe das hier single player ja ja feater beast ist aber ein eigener launcher mit eigenen modpacks wozu gibt es youtube tutorials das sind nur katja krassowitsch videos ich weiß dass ich den namen falsch ausgesprochen habe hey pass auf sonst wird mein video wegen und freundlichen inhalt nicht mehr monetarisiert bpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp dadurch dass es ja eine liveaufnahme ist so ich mach jetzt mal eine übersetzung hin alle tschütze äh deutsch noo tschuldigung meine katze ich bin der ppp das nenne ich jetzt als englisch was ne was machst du als englische überschrift also alles das dämlichste was man eigentlich machen kann herzen gerade hunde graben warte hört es irgendwie an den zungen brechen boah mich fackt das ab diese ganzen mädchen ey guck mal ich hab meinen koffer gepackt für weil wir am dienstag für vier tage irgendwo sind die mal da geht's nach oben wo ok ja am ausgang von der höhle hatten mich zwei creeper erwartet die haben mich wortwörtlich erwartet nein nein ich weiß gerade nicht mal ob ich hier stühle habe ich habe jetzt fast zweieinhalb stecks kohle ich melde mich jetzt einfach an wenn mein scheiß twitch akkont oder ich bleib einen moment wo meldest du dich an ich nehme ich nehme an sich eigentlich kein husten saft außer halt muss kurz überlegen wie das nochmal hieß dem dem er hat was waren was waren so hieß sparen ja was waren es sind natürlich wo habe ich meine schaufel hin gepackt ja wo müssen nicht es ist eigentlich optional da brauchst du halt ganz normal deine minecraft daten ist auch naheliegend ja aber minecraft daten eingeben oder was kennst du auch abusion was ja das mach ich schon die ganze Zeit deine arme maus deine arme maus hätte ich dafür geschaffen das ist nicht da hast du schon mal was auf seine kippe da hast du seiner sparten ich glaube ich geklaut wieso kleinen moment gibt's auch marble stairs schade schade gibt's nicht schade gibt's nicht ich überhaupt da unbedingt mit deinem twitch account anmelden hier ja mal schauen da kommt auch noch marble hin so kann man sich die server stellen womit man dieses minecraft spielen kann für zweiter ne ja ich bin jetzt im launcher was muss das überhaupt machen und die mob installieren kleinen moment wird ihr zum glück schaffe ich es immer mich zu muten ja so dunkel verbaut mal schauen da könnte ich ja rein theoretisch schnell kleine küchenecke hinbauen da muss ich da noch ein bisschen erweitern kleinen moment ich muss mal kurz nachschauen was wir hier eigentlich haben wir haben eigentlich noch die nach weitem nein falsch alles klar options und trolls wird er Ups, falsch Ja, da sind ein paar drin, aber Ich muss gerade herausfinden, wie ich nochmal Nathina Fightham Suite aktivieren konnte Hey, du grummst glaub ich auf, äh, wieder Escape, dann steht da noch Mad Mini Hä? Wo sollt ich denn? Moz, äh, irgendwas mit Moz, wenn du Escape drückst Ich habe nur Texture Packs, Statistik, Achievements, Open to Learn, Options, Back to Game und Save and Quit to Till. Ach so, du hast ja ein anderes Teil. Ja. FTP liegt mir fast, glaube ich, noch drunter. Leid. Ich google einfach mal kurz. Wozu hat man denn zwei Monitore? Oh meine Katze. So. Wie hieß nochmal die Mod? Ich und mein Alzheimer. Reicht damit jetzt wirklich sicher mein Alzheimer? Oder? Was? Das heißt, da mag wirklich ich und mein Alzheimer oder was? Das war witzig. Da 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 äh. Hier, Forge Mods. Not enough items. Was? Not enough items. Verwenden. Wie shreds gestiegen wird. Ehh. Was wollte ich angeben? so zurück in die Welt es ist es 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 Ich werde da? Achso, ja. Du musst jetzt bei FTB-Mobtext gucken, oder wie? Nein, ich gucke gerade, wie die Tastenkombination war, damit es mir wieder angezeigt wird. Hättest du schon mal überlegt, irgendwie zu zweitem Projekt zu machen? Hm? Ich habe eigentlich hier im Moment ein paar Dings am Laufen, die ich noch nicht ganz beendet habe. Vielleicht einen Moment, ich muss kurz hier total müden. Okay, ähm... Wie zum daher konnte ich Nordena 5Times aktivieren. So... Options, Controls... ... 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 Kennst du Hexit? Äh, ja. Ist auch ein Gölermod, ne? Das ist ein Mod Pack. Ja, Mod Pack, mein ich. Ja, Mod Pack. Ja, ich kenne Roblox. Verschwitzt das? Äh, ja, ich hab da eigentlich paar, äh, alles klar, aus dem Grund funktioniert Not Enough Items nicht. Ist das ein Mod? Oder was ist das? Not Enough Items. Ach so. Okay, ich tu mal kurz Minekraft ernten. Ich werde gleich wieder Minekraft starten. Äh, ja. Äh. Äh. Red Power Früher muss ich ehrlich sagen gefiel mir der Feed the Beast Launcher noch besser Früher war irgendwie alles besser Der Gommelzimmer war damals besser Ein paar andere Zimmer waren damals noch besser CS war damals besser Irgendwie alles war damals besser Au Minecraft Minecraft Sorry, ich wurde gerade kurz gefragt, wie ich das eigentlich ausspreche. Mausi runter! Auf! Au! Oh, dumme Katze! Dann im Plan B! Ähchen! Da-da-dum! Auf! Boah, Herr Neu! Hier! Also auch hier! Ordner öffnen! Ich werde gleich wieder ganz normal spielen. Ich werde gleich wieder ganz normal spielen. So. Hoffentlich klappt es jetzt wieder. Okay. So. Dann dürfte alles wieder klappen. Und ich muss mal was trinken. Jetzt. So. 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 Minecraft. So. So. Minecraft ist wieder da. Ich hecho mal. So. So. terrifying. Duoc. Das ist eine! Ach, kommt schon. Wieso funktioniert Notina Fighthams nicht? Ups. Watchmobs. Eigentlich hab ich ja... Äh. Gibt doch die Henne. Ich weiß halt nicht auswendig, was es hier für Stairs gibt. So. Ein Spindchen weniger. Mal schauen. Kühe, Chicken. Da oben ist noch ein Spindchen. Äh. Oh. Sorry, aber das regt mich irgendwie auf das... Da da da. Da da da. So haben wir hier. Qualisieren. Mal schauen. Stratzei, verbinden, entdecken. Okay, ich hoffe mal einfach, dass wenn ich die geupdatete Version jetzt starte, dass da wieder mein Not enough items funkt. Und dass die Map vor allem da ist. Ansonsten hat es keinen Wert. Ja okay, das muss jetzt erst mal sich updaten. Oh Gott, ich habe jetzt schon ein mieses Gefühl bei der Sache. So. Nein. Nein. Jetzt. Ech. Kleinen Moment. Ich muss dann kurz... Warte. Ordner öffnen. Jesus. Nein, halt. Jetzt bleibt doch mal unten. Und vor allem. Haben wir nicht vor meinem Bildschirm rum. Äh. Ja. Jetzt die andere Version. Ordner öffnen. Da da da. Als allererstes Patcher Packs rüberziehen. Jetzt die Saves. Alles klar. Jetzt müsste ich hier... Einschalten. Ah, jetzt ist das wieder da. Alles klar. Welt wäre hier. Texture Packs. Wunder. Kleine Maus. So. Hüff. Dann. Ja, wieso habe ich eigentlich noch CDs auf meinem PC-Gehäuse rum? Okay, hoffentlich klappt jetzt Not Enough Items, ansonsten muss ich darum wirklich mal... Z... Nooo... Wieso zum Geier... Wieso ist es hier eigentlich so dunkel auf einmal? Okay, geht hier noch nicht... Wenn dann schon oben... No... Nicht runterfallen, das wäre ganz mies... Weil ich habe mir immer noch kein Bett gebaut... Au... Verdammt... Ich wolle... Nein... Nicht schon wieder... Nicht schon wieder nicht... Hey, wieso ist es... No... So... Jetzt ist meine Kraft wieder da... Ich frage mich nur was... Hört mal... An Höhle Nr. Das kann ich sehr erkennen, wo ungefähr mein Zuhause liegt... So... 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 Genau... So... Na gut, ich habe halt leider kein Nutella-Brother-Nutella-Breaker. Na aber, ja. Dafür habe ich schön Karamalz. Langt mir auch zum Trinken. Von woher kommen jetzt die FPS-Einbrüche? Also, ob das zu viele Kühe sind. Tut mir leid, ihr seid einfach zu viel für meinen Rechner. Ich glaube, diese ganzen Kühe haben meinen Rechner wirklich belastet. Ja, so. Da, da, da. Oh, Mann. Ich gehe jetzt lieber wieder nach Hause. Wieso finde ich eigentlich im Moment keine Schafe? Ich kann ja mal schauen, ob ich eine Lederrüstung inzwischen habe. Au. Noch kommt schon. Zwei gegen einen. Das ist unfair. So. Was, Tromping? Oh, verdammt. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Oh. Ich bin gefickt. Aber ziemlich hart. Oh, nein. Nein. Fickt euch, Skelette. Fickt euch. Fickt euch. Nein. Oh, diese Hu... Oh, Mann. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Das ist nicht fair. Ich bin bewaffnet. Ich hasse Krippen. Ich hasse Spinnen. Alter. Ich habe nicht mehr. Ich bin... Nein, nicht schon mal. Puh. Erst mal wieder beruhigen. Ich muss hier jetzt einfach durchrennen. Oh, ne, keine Spinne. So, fuck the system. Das Skelettentrio. Ey, er hat mein Chicken geklaut. So, niemand klappt ungestraft mein Chicken. Anscheinend habe ich wohl wieder alles. Hoffe ich zumindest. Wieso höre ich nichts mehr? Jetzt höre ich wieder. Er muss dann gleich erst einmal die Musik ausschalten. Jetzt stopp, er wird nicht gecheatet. Oh, ich hasse die Minecraft Musik. Ja. Vor allem wie laut die einfach ist. Options. Alter. So. Ups, falsch. Oh. Besser. So. So. Ich hatte natürlich vergessen hier noch. Nein, V-Sink aus. 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 ok einmal ich wollte so das langt für 16 beef so crafting holz beziehungsweise zum verbrennen aber crafting table kommt wieder in mein inventor ich crafte mir mal ein paar ledersachen das war einfach ich muss mal einen weg finden alles ordentlich auszuleuchten auf jeden fall würde ich mal sagen dass ich an dieser stelle mal den stream für heute beende wenn er euch gefallen hat daumen nach oben wie immer die verbesserungsvorschläge vielleicht in die kommentare dann tschüss bis zum nächsten mal